Ja, einen schönen guten Abend, meine lieben Studierenden des Seminars Kognitive Grammatik. Heute kommt auf Sie die thematische Einführung in die Prämissen der kognitiven Grammatik zu. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen das Thema hier vorstellen kann im Rahmen eines Seminars und freue mich sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam hier Ihre thematischen Schwerpunkte auszumachen und im Seminar zu entwickeln. Vielleicht ganz kurz vorweg, das, was ich hier Ihnen jetzt vorstelle, ist mehr oder weniger eine Synergie aus schon in verschiedenen Veranstaltungen platzierten Themenbereichen, einmal der Vorlesung zur kognitiven Linguistik, aber auch der Vorlesung zur Konstruktionsgrammatik. Das Ganze ist noch ein wenig angereichert durch weitere Beispiele und Ideen, sodass wir tatsächlich hier etwas Neues oder Sie etwas Neues vor sich sehen. Allerdings bin ich zu entschuldigen, dass das einer meiner zentralen Forschungsschwerpunkte ist, ähnlich wie die Koloniallinguistik, in der ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel gearbeitet habe und deswegen natürlich auch an unterschiedlichen Stellen immer wieder darauf zugreife und jetzt nicht ein nagelneues Material hier erwarten dürfen, sondern dass wir mehr oder weniger für das Seminar eine Synergie aus dem bisher schon Erarbeiteten zur Einführung verwenden. Für diejenigen von Ihnen, die das Ganze kennen, die darf ich einladen, das noch einmal mit nachzuvollziehen und möglicherweise schon Fragen zu formulieren, unter anderem entweder in der Matrix-Gruppe oder im Anschluss an dieses thematische Input-Video in der Videokonferenz. Worum soll es mir heute schlicht und ergreifend gehen? Ich würde Sie sehr gerne in die Prämissen einer kognitiven Grammatik einführen, so wie ich Sie verstehe, als eine sprachgebrauchsbasierte Grammatik, die sich ganz zentral mit Sprache auseinandersetzt in Ihrem Werden, in Ihrem individuellen Erwerb, in Ihrer Ganzheitlichkeit und würde Sie dazu einladen, dass Sie einzelne dieser Prinzipien jetzt mit nachverfolgen können. Zunächst etwas reißerisch, ein Titel, den das Spektrum der Wissenschaft im Frühjahr 2017 wählte, um einen Paradigmenwechsel anzuzeigen, nämlich im Kontext der Auseinandersetzung damit, wie wir Sprache erwerben als Menschen und als was wir Sprache erwerben. Und der Titel Linguistenstürzen Chomskis Universalgrammatik trifft so im Wesentlichen nicht den Kern der Sache, sondern ist tatsächlich hier für diese Titelgrafik natürlich auch ein Eyecatcher, um ein Magazin interessant zu finden und aufzublättern. Also das heißt, hier werden bestimmte Adressatinnen getriggert. Es geht aber im Wesentlichen darum, dass wir neben der Chomskischen Universalgrammatik ein alternatives Modell zur Sprachbeschreibung und Sprachanalyse in der kognitiven Linguistik und der kognitiven Grammatik vorsehen. Und tatsächlich ist in der Forschungsentwicklung der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik finden wir vor allen Dingen SchülerInnen von Chomsky, die sich von der generativen Grammatik Schritt für Schritt entfernt haben, um ein alternatives Beschreibungsmodell zu etablieren. Was ist die Grundlage? Wenn Sie sich Chomskis Sprachmodell anschauen, also die Frage, welche Antworten findet Chomsky auf die Frage, wie wir und was wir an Sprache wissen, was Sprache sei und wie wir Sprache produzieren, werden Sie auf eine Analogie stoßen, die sich im Wesentlichen mit dem einer Rechenmaschine vergleichen lässt, so wie es eben vor 60 Jahren üblich war. Und auch die Sender-Empfänger-Modelle, die Kommunikation abbilden und die Modelle, die ideale Sprecher und Hörer konstruieren, so etwas wie die Sprecher-Theorie, die den Hörer überhaupt nicht kennt als Entität, sondern ihn nur postuliert, wären hier Beispiele dafür, wie man Chomsky verstehen kann als ein historisches Modell, das versucht Sprache zu erklären als ein modulares System, das wie eine Art von Software auf einer Hardware läuft und vor dem Hintergrund mehrere Module Sie sich auf dieser Hardware vorstellen und Sprache wäre eines davon und die wird halt im Kontext dieser Gesamtberechnung und der Gesamtrechenleistung dieser Rechenmaschine-Gehirn in einem bestimmten Areal abgespeichert. In einem anderen Areal speichern Sie die Regeln und für die Produktion führen Sie beide Ressourcen regelkonform, also normbasiert zusammen, nicht regelkonform, aber normbasiert zusammen. Und so können Sie sprachlichen Output erklären. Das Modell ist sehr wirkmächtig über lange Jahre und wird jetzt allerdings von einem Modell abgelöst, dass Hans Boas hier mit einer Metapher als ein Modell vorstellt, dass wir Sprachwissen als uns mit dem Universum vergleichbar vorstellen müssen. Diese Metapher hat einige Ecken und Kanten und das, in welche Richtung ich mir das ganz gut vorstellen kann, hat sehr viel damit zu tun, nämlich der sogenannten Quantenbiologie, also die Ideen und Hypothesen und Spekulationen über das sogenannte Quantum Brain aufstellen. In diese Details möchte ich aber jetzt gar nicht mit Ihnen eintauchen, sondern ich möchte nur signalisieren, das ist ein Thema, das wir als kognitive Linguisten in den nächsten Jahren verfolgen können. Ich halte das für sehr spannend, aus ganz verschiedenen Gründen, dazu aber mehr im Verlauf des Seminars. An Literatur hier einige Klassiker, die sind bereits eingearbeitet in die gemeinsame Sotero-Bibliothek und ich darf Sie einladen dazu, dass Sie sich vor allen Dingen auseinandersetzen mit zwei Publikationen, nämlich den Foundations of Cognitive Grammar von Ronald Langecker und Women, Fire and Dangerous Things von George Lakoff. Das sind mehr oder weniger die Säulen, auf denen die kognitive Linguistik aufruht und die kognitive Grammatik aufruht. Sie sehen, alles andere sind mehr oder weniger Variationen und daneben darf ich Ihnen noch empfehlen, dass Sie sich neuere Arbeiten von Michael Tomasello zum Spracherwerb anschauen, aber dazu auch mehr an späterer Stelle im Seminar. Wenn man auf die Forschungslandschaft blickt, was unter der kognitiven Grammatik verstanden wird oder was so Themenschwerpunkte der kognitiven Grammatik sind, hier nach Wolfgang Wildgen sehen Sie, dass wir sehr schnell bei dem Thema Metaphern und kognitiven Modellen sind, Raum- und Prozesssemantiken, das wird uns im Seminar beschäftigen, kognitive Bildsemantiken, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir darauf einen Schwerpunkt legen sollten, Konstruktionsgrammatik, auch diesen Schwerpunkt haben wir im Seminar abgebildet, sowie sprachliche und kognitive Kategorisierungen. Ich denke, wir werden uns auf die kognitiven Modelle in Metaphern, Raum- und Prozesssemantiken und Konstruktionsgrammatiken konzentrieren. Die Kategorisierungsleistungen, sprachlich und kognitiv, werden uns im Kontext von Spracherwerb beschäftigen. Zu den Prämissen der kognitiven Grammatik als einer kognitiven Linguistik, ganz zentral ist die Setzung davon, dass meaning is use, also Bedeutung ist Gebrauch, also so wie sie Dinge handhaben, diese Bedeutung haben sie auch und die Konsequenz daraus ist, dass jede Struktur von Wissensformation aus Gebrauch emergiert, also aus Gebrauch entsteht. Es gibt nicht irgendwelche vorgefertigten Kategorien, das Verb, so wie sie in der Schulkrammatik lernen, dass aristotelische Kategorisierungen funktionieren, sondern sie lernen aus dem Gebrauch, dass etwas sei, dass es eine sprachliche Entität gibt, die Handlungen markiert und Handlungen zum Ausdruck bringen kann und diese werden in der traditionellen Grammatik als Verb bezeichnet. Zentral für die Überlegungen in der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik ist, dass sprachliche Handlungen wie alle anderen Handlungen auch an körperliche Erfahrungen rückgebunden sind, die sie von frühen Kindesbeinen an lernen und wenn sie sich vorhin nochmal über spekulative Zugänge, wenn sie bei spekulativen Zugängen sind, wird zum Beispiel auch davon ausgehen, dass sie im Mutterleib, das Erste, was sie hören, sind die Stimmen und Geräusche, die sie umgeben als Kind und sie lernen Sprache als kulturelles Artefakt schon kennen, bevor sie auf der Welt sind. Und die körperliche Erfahrung, die damit verbunden ist, zeigt zum Beispiel an, dass sie eine sehr enge emotionale Bindung auch auf sprachlicher Ebene an ihre Mütter und Väter haben, deren stimmten Geschwister, deren Stimmen sie schon vor der Geburt begleiten. Hier als Beispiel das Seifeblasen als eine sehr komplexe Technik, die Kinder erlernen. Auch im Embodiment mitgedacht sind solche Aspekte wie Körpergedächtnis, also in Anführungszeichen, die wir noch nicht biologisch gut erklären können, aber die möglicherweise genau auf solche Embodiment-Prozesse zurückgehen und sich so begründen lassen. Also es geht im Wesentlichen darum, dass wir eine neurale Architektur haben, aufweisen, die ganz zentral unsere Erfahrungen mitprägt und ohne unsere neuronale Architektur und die Erfahrungen, die wir körperlich sammeln, wären wir überhaupt nicht körperlich in der Lage, bestimmte Konzepte zu bilden. Und die Konzepte, die wir bilden, sind unmittelbar Ergebnis unserer neuronalen Architektur und die Sprache ist eines dieser Artefakte, dass wir erlernen, das nicht uns angeboren ist, sondern das wir als kulturelles Artefakt erlernen und dann auf der Basis unserer neuronalen Architektur weiterentwickeln. Und neben dieser neuronalen Architektur sind es natürlich alle Erfahrungen, die diese neuronale Struktur verarbeiten, das heißt körperliche Erfahrungen, die wir machen. Wenn Sie sich vorstellen, wir lernen zu schreiben mit einem Stift, wir lernen Fahrrad fahren und wir lernen schwimmen, sind es genau solche körperlichen Erfahrungen, die dann entsprechend abgespeichert werden und abrufbar sind, auch unbewusst. Und wo Ihr Körper einfach funktioniert, wenn man so will, ist das beste Beispiel dafür, dass wenn man versucht, sich etwas einzuprägen, dass man es nur häufig genug von Hand schreiben muss. Also da haben Sie die direkte Rückbindung zwischen der Praxis der körperlichen Bewegung und der Körperbewegung und der neuronalen Struktur. Man kann auch einen Schritt weiter gehen. Das Ganze funktioniert auch in übereinem übertragenen Sinne. Also metaphorisch müssen Sie sich nicht wirklich bewegen. Aber zum Beispiel viele Gedächtnistrainer schicken Sie in Erfahrungs- und Erinnerungs- und Gedächtnispaläste, die Sie von Punkt zu Punkt ablaufen als Metapher, um sich bestimmte Dinge zu merken. Das heißt, man kann dieses Prinzip, also der räumlichen Erfahrung, auch noch übertragen im metaphorischen Sinne. Das funktioniert sehr gut. Ja, Entrenchment. Je häufiger Sie Dinge tun, umso besser beherrschen Sie sie. Eines der ganz zentralen Elemente, nämlich je häufiger wir uns im spezifischen Gebrauch einer sprachlichen Struktur einüben, umso stärker, das ist eine zentrale Annahme der kognitiven Linguistik, sei sie auch kognitiv verfestigt und damit besser abrufbar und schneller abrufbar als andere Strukturen. Und je stärker diese kognitive Einheit, dieses Muster mit dem Sprachwissen anderer Sprecherinnen korreliert, umso einfacher können Sie sich freilich auch verständigen. So entstehen Verkehrsidiome, die über Ihren eigenen Erfahrungshorizont hinausreichen, mit dem Sie mit anderen Sprecherinnen gemeinsam Wirklichkeit konstituieren und konstruieren können. Heavy and Learning, das zeige ich hier nur ganz kurz, ist ein Modell, mit dem man erklären kann, wie es zu solchen starken Verfestigungen kommt, die entsprechend kognitiv verfestigt sind. Gehen wir im Seminar noch näher darauf ein. Mit dem Entrenchment, und das ist ein sehr schönes Bild, verbunden ist die sogenannte Trampelpfad-Metapher, die ich deswegen hier noch einmal aufgezeigt habe, exemplarisch mit einem Zitat aus Langecker, mit dem schon genannten Foundations in Cognitive Grammar, mit dem man sich sehr einfach dieses Prinzip des Entrenchments vergegenwärtigen kann. Kommen wir zum nächsten, Kategorisierung. Die Kategorisierung, die Sie zum Beispiel aus der Prototypensemantik kennen, geht auf Elisabeth Roche, Elenor Roche zurück, und die schon in den späten 70er Jahren sich mit Fragen der Kategorisierung auseinandersetzte. Im Wesentlichen, das, was Sie sich klar machen müssen, ist, dass jede Sprecherin und jeder Sprecher eigene Kategorisierungsleistungen vornimmt. Also diese eigenen Kategorisierungsleistungen können mehr oder je weniger, je stärker verfestigt und so weiter anderem mit den Kategorisierungen anderer Sprecherinnen korrelieren. Was Sie aber wissen müssen ist, es wird keine eineindeutige Übereinstimmung und Entsprechung geben. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber die Kategorisierung ist mit einem, verläuft meist, in der Mitte einer Kategorisierung meist ein prototypisches Element und am Rande eher periphere Elemente, die sich noch diesem Kern zuordnen lassen. Und das typische Beispiel, was immer wieder da ins Spiel gebracht wird, ist, dass der Pinguin eben wahrscheinlich eher leider ein schlechtes Exemplar für die Kategorie Vogel ist, während es andere Vertreterinnen gibt, die hier von einer mitteleuropäischen Perspektive aus sehr viel besser als Prototypen im Zentrum dieser Kategorie gelten können. Also das Prinzip der Familienähnlichkeit, das kennen Sie aus den Einführungen, das wiederhole ich hier nicht für Sie. Aber die Arbeiten von Roche, und das ist ganz zentral, die beeinflussen die Konzepte von Fillmore, von Lakoff zu den Idealized Cognitive Models und den Image Schemes von Johnson sowie den Domänen von Lakoff. Also Sie sehen alle, mehr oder weniger alle kognitiv-grammatischen Ansätze arbeiten prototypisch. Und das unterscheidet Sie ganz zentral von einer aristotelischen Kategorienlehre, die sagen, ein Substantiv wird flektiert. Also möglicherweise gibt es auch Substantive, die nicht flektiert werden. Schauen Sie mal, ob Sie welche finden und vor allen Dingen, welche das sein könnten. Dann Perspektivierung. Alles, was wir tun, sagen, sprechen darüber, werden wir noch häufig reden hier im Seminar, geht von einem bestimmten Blickpunkt aus. Das heißt, Sie nehmen als Sprecherinnen einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt, den Sie auf eine spezifische Art und Weise wahrnehmen und deswegen auch keinen Wirklichkeitsausschnitt thematisieren, sondern einen Wahrnehmungsausschnitt von Wirklichkeit. Und mit Ihrer sprachlichen Leistung, mit jedem sprachlichen Ausdruck, verbergen Sie bestimmte Aspekte eines wahrgenommenen Wirklichkeitsausschnitts und heben andere besonders hervor. Also wenn ich Ihnen diese Tasse zeige und meine Hand davor halte, werden Sie meine Hand beschreiben können oder mutmaßen, dass hinter meiner Hand an dem Hänkel vielleicht eine Tasse sei. Aber Sie sehen, Sie müssen als Sprecherinnen empathisch genug sein, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit anderen Individuen sprechen, dass Sie Ihre Perspektivierungen nachvollziehen können und deren Blickpunkt einnehmen, um komplexe Schilderungen von Abläufen, Argumentationen, Erzählungen nachvollziehen zu können. Und das alles steckt in dem Begriff der Perspektivierung, die ihrerseits wiederum aufgehoben ist im Begriff des sogenannten Construals. Das schauen wir uns aber im Seminar an anderer Stelle an. Dann, schon häufiger jetzt aufgekommen, die Metaphorisierung, also das Laufen durch Gedankenpaläste wäre so ein Aspekt. Wir sind in der Lage, komplexe Gegenstände abzubilden, indem wir aus Quelldomänen, also Source Domains, bestimmte Target Domains befüttern sozusagen. Also das heißt, Gegen-Elemente, Bedeutungselemente aus einer Source Domain, Quelldomäne auf eine Zieldomäne zu übertragen. Typischerweise das Beispiel, was in der kognitiven Grammatik hier immer wieder genannt wird, ist, dass wir alle zeitlichen Perspektivierungen, die wir als Sprecherinnen vornehmen, auf räumlichen Erfahrungen, räumlichen Metaphern beruhen. Hier zwei Beispiele. Das Leben ist eine Reise mit dem Moving Observer. Das heißt, Sie bewegen sich auf einem Weg und indem Sie sich auf einem Weg bewegen, verstreicht die Zeit. Oder Sie können die Zeit selbst als sich Bewegendes konzeptualisieren. Das wäre dann Moving Time. Das Leben zieht an uns vorbei. Das heißt, Sie stehen und die Zeit läuft an Ihnen vorbei mit Ihren Ereignisketten. Und diese Metaphorisierungen von Raum, um Zeit zu explizieren, sind ein Paradebeispiel für die Modellbildung innerhalb der kognitiven Linguistik und damit auch der kognitiven Grammatik. Schlussendlich, Joint Detention. Das ist ein Prinzip, das ganz wesentlich auf die Arbeiten von Michael Tomasello zurückgeht. Nämlich die Frage, wie wir gemeinsam überhaupt mit anderen Individuen interagieren können. Und dazu gibt es sehr komplexe Modelle. Nämlich das, was Sie gerade gesehen haben, A und B fokussieren, einen Gegenstand. Wobei A weiß, dass B den Gegenstand gleichzeitig fokussiert. Also Sie schauen gemeinsam darauf. Und Sie wissen auch, oder A weiß auch, dass A und B gemeinsam den Gegenstand fokussieren. Also Sie haben ein Bild von sich und Sie haben ein Bild von Ihrem Gesprächspartner. Immer wenn Sie sprachlich, also mit einer Dexis oder zum Beispiel durch eine Zeigedexis, auf einen Gegenstand zeigen, ein Beispiel werden Sie dann im Abspann sehen, dann gehen Sie davon aus, dass Ihr Mensch sich gegenüber diesen Gegenstand mitfokussiert. Und Sie beide wissen, dass Sie auf diesen Gegenstand blicken und unterstellen sich dabei gleichzeitig, gegenseitig, dass Sie das intentional machen. Also dass Sie das absichtsvoll tun. Das Ganze kann man dann noch ein wenig weiterentwickeln, nämlich mit einer Shared-Attention. Also A und B fokussieren, einen Gegenstand. A weiß, dass B den Gegenstand fokussiert und umgekehrt. Also Sie wissen das voneinander. Und A weiß, dass B weiß, dass A den Gegenstand fokussiert. Also es gibt so etwas wie eine Reziprozität, dass Sie auch voneinander wissen, dass der je andere nicht nur den Gegenstand fokussiert, sondern auch weiß, dass Sie den Gegenstand fokussieren. Das ist etwas komplex, das zeige ich Ihnen aber in der Vorlesung, nicht in der Vorlesung im Seminar, an ganz konkreten Beispielen. Darauf aufbauend noch die sogenannte Coordinated Group Cognition, in der man davon ausgeht, dass es so etwas wie Normen, Konventionen gibt, Vorstellungen davon gibt, wie man sich in spezifischen Kollektiven zu verhalten habe. Und dieses Wissen darum, dass A und B sich als Teil einer Gemeinschaft sehen, in denen es bestimmte Arten und Weisen der Reaktion auf optische und visuelle Reize gibt, sorgt dafür, dass Sie auch daneben, dass Sie nebeneinander wissen, dass Sie einen Gegenstand fokussieren, Sie sich selber, dass Sie voneinander wissen, dass Sie den Gegenstand fokussieren und auch wissen, dass der andere weiß, dass Sie den Gegenstand fokussieren. Auch ein Verständnis darüber, das auch unausgesprochen ist, dass Sie sich beide als Teile einer Gemeinschaft sehen, die auf spezifische Art und Weise Gegenstände wahrnimmt. Das Ganze wird griffig sofort, wenn es darum geht, wie kann es denn bitte passieren, dass in einer digitalen Community Fake News prozessiert werden. Also wie funktioniert das? Genau an diesem Punkt brauchen Sie die Coordinated Group Cognition. Ja, ganz kurz zusammenfassend, Sprache ist holistisch zu begreifen und zu beschreiben. Also das heißt, als eine körperliche Erfahrung, die auf ihrer neuronalen Struktur basiert und die komplexe sprachlichen Einheiten hervorbringt. Ich kann nicht eine Sprache insofern modularisieren, dass ich sage, es ist adäquat, sich nur mit den Flexionsendungen von Substantiven zu beschäftigen. Das Nächste, was ganz zentral ist, dass Sprache nicht angeboren ist, sondern erlernt wird. Also das heißt, Structures emerge from reuse. Das haben Sie ganz am Anfang gehört und das ist ein ganz zentraler Punkt. Nämlich hier Sprachwissen emergiert aus Sprachgebrauch und Frenchman. Das Nächste, dass Sprachwissen individuell zunächst in Prozessen der Kategorisierung und Schematisierung geordnet wird, und zwar für Sie unbewusst. Dann, dass sprachliche Einheiten alles konzeptuelle Einheiten sind, also Form-Bedeutungspaare oder Bedeutungsformpaare. Das heißt, das können wir direkt die Prämissen aus der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik auf die Konstruktionsgrammatik übertragen. Und Spracherwerb und Sprachgebrauch sind an basale körperliche Erfahrungen rückgebunden, nämlich das Embodiment. Sie sehen, wir haben ja einen sehr schönen Beschreibungsansatz, einen sehr schönen runden Beschreibungsansatz, der sich, glaube ich, von generativ-grammatischen Modellen stark unterscheidet. Nichtsdestotrotz diese ergänzt und so unsere Beschreibungsmöglichkeiten von Sprache vervielfältigt und aus einer anderen Perspektive uns den Gegenstand, vermeintlich schon bekannten Gegenstand, noch einmal näher bringt. Ja, das soll es für heute zur Einführung gewesen sein. Ich stelle Ihnen jetzt gleich im Chat und in der Videokonferenz noch einiges Material zum Arbeiten zur Verfügung. Ich freue mich darauf schon sehr. Ich werde mich vor allen Dingen auf diese Prinzipien und Prämissen der kognitiven Grammatik konzentrieren, also Embodiment, Entrenchment, Categorization, Perspectivation. und das werden die Zentralen sein. Und in der nächsten Woche würde ich dann ganz gern mit Ihnen die Aspekte Raum und Zeit mir genauer anschauen, um dies weiter auszurollen. Für heute soll es das erst mal gewesen sein und ich bin gespannt auf Ihre Fragen, auf Ihre Anregungen, freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen und die Erarbeitung von spezifischen Inhalten und bin bis dahin für die meisten, bis gleich und für einige andere bis zur nächsten Woche, Ihr Alexander Lasch. Ja, und jetzt noch ganz kurz zu dem Phänomen der Dexis. Wenn ich hier auf diesen Bereich zeige, gehen Sie davon aus, dass ich das intentional tue und ich tue es, lenke Ihren Fokus der Aufmerksamkeit auf diese zwei Videos, einmal auf die Reihe hier zum Seminar direkt und einen Inhalt, der freigegeben ist oder für Sie als Jena passt genau auf Ihre Interessen und Bedarfe auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren, den Inhalt kommentieren, ein Like dalassen, die Glocke läuten oder die Glocke drücken, je nachdem, was Sie tun möchten, um dem YouTube-Algorithmus zu genügen. Und wir sehen uns dann entweder gleich oder beim nächsten Mal. Ciao.